Licht gibt es in vielen Farben und Formen, zu Hause und bei der Arbeit. Eine dieser Formen wird schon bald verschwunden sein. Die klassische Glühbirne hat nach 130 Jahren, zumindest in der EU, ausgedient. Neben der bisherigen Energiesparlampe gibt es seit ein paar Jahren nun die LED-Lampe. Eine der Firmen, die solche Lampen für den Hausgebrauch herstellt, ist das Unternehmen Ledon im österreichischen Dornbirn. Als Tochterunternehmen der auf Beleuchtung spezialisierten Zumthobel AG kann sie vom Know-how der Konzernmutter profitieren. Im Gegensatz zur analogen Technik wie bei der Glühlampe wird in einem Siliziumkristall Licht erzeugt. Das ist ein altbekanntes Phänomen. Das ist also keine ganz neue Technologie. Das Phänomen gibt es sehr lang. Was sich geändert hat in den letzten Jahren, ist die Leistungsfähigkeit dieser Kristalle. Außerdem gab es wichtige Entwicklungen, speziell was das Innenleben der Lampen angeht. Weißlicht ist im Prinzip das Licht aus allen Farbspektren zusammengesetzt. Wie beim Regenbogen müssen Sie sich es vorstellen, von Blau über Grün, Gelb, Rot. Und was gefehlt hat, war die blaue LED. Deswegen konnte man kein Weißlicht kreieren und seit Mitte der 90er Jahre hat man das auch entwickelt. Und die Leistungsfähigkeit dieser blauen LEDs, der roten und auch vieler anderer noch weiter gesteigert. Und jetzt ist es eben auch möglich, endlich Weißlicht zu erzeugen. Die neuen LED-Lampen spannen zwar noch mehr Strom als Energiesparlampen. Dafür sind die LEDs in der Anschaffung um einiges teurer. Es ist zunächst mal die Produktionstechnik, die noch relativ neu ist, 10, 15 Jahre alt, um sogenannte High-Power-LED-Dice, so heißen die im Fachjargon, zu erzeugen. Und das hängt natürlich auch mit dem Marktvolumen zusammen, denn der Markt ist gerade erst am entwickeln, am starten. Und das wird mit den Stückzahlen sicherlich noch weiter nach unten gehen. Im Labor eines Schwesterunternehmens Deledon werden Leistung, Lebensdauer sowie das Farbspektrum der Lampen untersucht. Denn genau dieses Farbspektrum ist es, was dafür sorgt, ob Farben natürlich erscheinen. Das beste Ergebnis in diesem Bereich erzielen allerdings bis heute die klassischen Glühlampen. Das Schöne an dieser Glühlampe ist, dass sie alle Farbspektren enthält. Das heißt, vom blauen bis hin zum roten Licht, wie in einem Regenbogen, im Prinzip alle Farben enthält. Und das macht ein sehr natürliches Licht zu Hause. Bei der Energiesparlampe, die Sie gerade angesprochen haben, kann man leider kein durchgängiges Farbspektrum erzeugen, sondern ausschließlich sogenannte Farbbänder und mischt die so miteinander, dass der Eindruck entsteht, dass dort Weißlicht enthalten ist. Das Problem ist nur, das Licht, das nicht enthalten wird, kann von Gegenständen auch nicht reflektiert werden. Ergo wirken dann diese Gegenstände matt oder fahl und das macht diese schlechte Farbwiedergabe bei Energiesparlampen aus. Bei der LED-Technologie hat man ein ganz neues Verfahren entwickelt. Dort wird im Prinzip aus dem blauen Licht ein langwelligeres Weißlicht erzeugt und das enthält wiederum alle Farbanteile. Stichwort Lebensdauer. Bei den LEDs ist sie so lang, dass die entsprechenden Langzeittestreihen noch am Laufen sind. Ein echter Vorteil gegenüber der klassischen Glühbirne. Die Lebensdauer, wie gesagt, ist beschränkt mehr oder minder auf 1000 Stunden. Energiesparlampen leiden sehr stark darunter, wenn man sie häufig ein- und ausschaltet. Das heißt, die Angaben auf den Verpackungen sind meistens etwas zu hoch angesetzt. Ich würde mal sagen, realistisch kann man vielleicht mit 3000-5000 Stunden bei einer Energiesparlampe rechnen, wenn sie denn qualitativ hochwertig ist. Bei der LED-Lampe haben wir dieses Ausschaltphänomen nicht, weil hier handelt es sich um Digitaltechnik. Wir gehen mal davon aus, dass so eine Lampe im Regelfall etwa 25.000 Stunden, das entspräche, dann in einem durchschnittlichen Haushalt auch ungefähr 25 Jahre hält. Weitere Vorteile der LED sind ihre bessere Dimmbarkeit, dass sie sofort ihre volle Leuchtkraft haben und dass sie ohne Quecksilber auskommen. Allerdings kostet eine gute LED-Lampe auch etwa dreimal so viel wie eine entsprechende Energiesparlampe und 20-mal so viel wie eine Glühbirne. Trotzdem rechnen sich nach Unternehmensangaben die höheren Kosten bereits nach gut zwei Jahren. Das AÜW hat deshalb für seine Kunden bis Februar eine Aktion aufgelegt. Es ist uns gelungen, zusammen mit einem renommierten LED-Hersteller, die Firma Ledorn, ein Angebot zu schnüren, wo unsere Kunden bis zu fünf hochwertige LED-Lampen mit einem Preisvorteil von 30 Prozent bestellen können. Die ersten Bestellungen sind eingegangen. Wir haben über 100 Bestellungen schon in der letzten Woche generieren können. Wir sind sehr zufrieden mit der Aktion. Zufrieden mit dem Angebot dürfte auch die Umwelt sein. Denn Licht macht mit einem Anteil von rund 10 Prozent einen großen Anteil am Energieverbrauch eines durchschnittlichen Privathaushalts aus. 3. 4. Untertitelung des ZDF, 2020